Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5. Heute mal ein Testbericht des berühmten Buckingham Westerers, das neue Flugzeug im Spiel. Wir wollen uns heute mal das Flugzeug angucken und fangen mit dem ersten Test an. Es ist die Ego-Perspektive. Und zwar zeige ich euch heute mal die Seite vom Fahrer. Sieht ganz ordentlich aus. Wir haben hier einen Flügel, einen anderen Flügel, einen Steuerknüppel. Funktioniert alles. Sieht relativ gut aus. Ego-Perspektive sieht übrigens so aus. Und wenn ich jetzt in die Drittperson-Perspektive wechsle, sieht das Ganze so aus. Was mir aufgefallen ist, der Vestra kann sehr viel. Er kann Loopings machen. Das kann ich euch hier mal ganz klar demonstrieren. Wenn ich nicht die maximale Höhe erreicht hätte, dann würde das auch funktionieren. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Es kann eigentlich alles, was ein, äh, ja, ein Stuntflugzeug auch kann. Ich kann hier Schrauben machen. Ich kann hier auf dem Kopf rumfliegen. Und so weiter. Er ist aber nicht so wendig wie ein Stuntflugzeug. Das muss ich nochmal sagen. Aber er ist schneller als ein Stuntflugzeug. Und ein Stuntflugzeug, das ist irgendwie schon schnell. Aber dieser Vestra, der toppt wirklich alles von Geschwindigkeiten. Weil der geht ja wirklich ab. So. Oh. Oh. Nein. Keine Angst haben. Ich kann ja den berühmten, äh, Wutmodus aktivieren. Für die Leute, die das nicht wissen. Wenn ich den Wutmodus aktiviere, kann ich nicht sterben. Ich bin also unbesiegbar. Und da hinten ist das Flugzeug explodiert. Und wenn es explodiert, dann bekommt ihr auch einen Fahndungsstern. Weil das Flugzeug abgestürzt ist. Ist aber nicht besonders wild. Und ja. Da drin hätte auf jeden Fall keiner überlebt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ein Sturz mit 200 Stundenkilometer auf dem Boden. Das überlebt keiner. Das überlebt keiner. Das kann ich euch sagen. Ja. Und da ist es. Totales Wrack. Aber ich konnte mich ja mit dem Wutmodus retten. Fallschirm hatte ich nicht dabei. Es ist nämlich nicht wie im Online-Modus, dass man da im Singleplayer, wenn man in ein Flugzeug einsteigt, sofort einen Fallschirm hat. Man muss den entweder im Supermarkt kaufen, im Waffengeschäft. Oder man muss halt eben zu einer bestimmten Fallschirmsprungstelle gehen, dort den Fallschirm sich nehmen und dann in ein Flugzeug steigen. So kann man das auch machen. Ja, das war eigentlich mein Testbericht. Und besser als der Velum, auf jeden Fall besser als der Jamal und besser als der Manot oder wie der heißt. Ja. Das war es eigentlich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao.